Auf zum Motorradausflug mit den Mimotos, den Teilnehmern eines Reiseforums. Okay, die Anzahl der Mopeds in Frankreich war sehr überschaubar und am eigentlichen Tag der gemeinsamen Ausfahrt, naja, die Anzahl der Fahrer auf dem Mopeds war überschaubar. Sagen wir mal so, nämlich nur ich. Die anderen suchten sich etwas aus, was sie schon immer mit dem Motorrad nicht machen konnten oder wollten. Die Zeit reichte nicht oder was auch immer. Motorradklamotten störten. Sie besuchten eine Burg und eine andere Gruppe, ein Autobus. Für mich war die Ausfahrt, auch wenn alleine, trotzdem schön und würde mir lange im Gedächtnis bleiben. Eigentlich waren die Rahmenbedingungen für Mopedfahren ja sehr gut. Durch das Wetter hielt sich der Reifen- und Bremseverschleiß in sehr geringem Maße. Freie Straßen. Kein anderer Motorradfahrer behinderte mich im Kurvenzing. Keine Ablenkung durch tolle Aussicht auf die Landschaft. Man konnte sich komplett auf die Straße konzentrieren. Außerdem haben die Franzose es echt gut drauf. Vor gefährlichen Kurven wird gewarnt, indem man lustige Farbspiele mittels Meerlagier Aufschichtung vor feuchten Laub in die Kurven macht. Außerdem animieren die hohen Spritpreise zu sparsamer Fahrweise. Greta wird es sehr freuen. Und durch den hohen Nässeanteil in der Luft musste man nicht einmal das Visier von Insekten säubern. Es war also jeder selber Schuld, der da nicht mitkam. Was ich so erlebte, in Kürze auf diesem Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017